SharePoint Podcast, Ausgabe 376 vom 21.08.2017. Die Sommerinterviews. Heute mein Gast Niki Borell. SharePoint Podcast. Das auditive Update für den engagierten SharePoint-Anwender. Themen, Trends, Tipps, Tricks, Talk. Am Mikrofon Michael Gret. Mein nächster Gesprächspartner in unseren kleinen Sommerinterviews hier im SharePoint Podcast ist Niki Borell. Hallo, guten Morgen, Niki. Hallo, Michael. Niki, stell dich doch nochmal kurz vor für all die Hörer, die dich noch nicht kennen, was ja vermutlich gar nicht möglich ist, aber trotzdem, stell dich nochmal kurz vor. Was machst du, wo bist du? Ja, Niki Borell. Bin MVP für SharePoint gewesen, dann zum MVP für Office Server & Services migriert worden. Dieses Jahr jetzt auch am 1.7. re-awarded. Macht themenschwerpunktsmäßig im Moment sehr viel Prozess- und Architekturberatung hinsichtlich Cloud- und Hybridarchitekturen eben auf dem Microsoft Stack mit Office 365. Und bin ja einer der Ideengeber und Gründer hinter Experts Insight und dem Label Experts at Work, wo wir einfach noch ein paar andere Unternehmen in der Zwischenzeit runter subsumieren. Du hast ja schon gesagt, du hast mal auch mal, wie ich angefangen, als SharePoint MVP. Damals haben wir ja noch viel über Technik, Installation, Administration gesprochen. Es war alles sehr techniklastig. Mittlerweile aber mit Office 365 tritt die Technik immer weiter in den Hintergrund. Das hast du relativ früh schon erkannt. Du hast ja tatsächlich mal ein Buch drüber geschrieben. Das hieß, lass mich jetzt nicht raten, sondern Disruption, das Spiel mit Technologien und Paradigmen. Genau. Das war das Buch, was du mal geschrieben hast. Du hast dich tatsächlich hingesetzt und die Arbeit gemacht, ein Buch zu schreiben. Und hast dich da mal mit auseinandergesetzt, dass eben moderne IT, wie wir es heute im Unternehmen kennen, eben immer weniger mit technischer Infrastruktur zu tun hat. Das kann man mittlerweile outsourcen. Das bekommt man outgesourced. Das kann man managen. Aber dass es viel mehr darum geht, sozusagen die Kulturen zu ändern und ähnliches. Ist das, was du auch als Feedback von deinem Buch bekommen hast, von den Unternehmen, dass das gut angekommen ist? Das sind zwei Fragen. Also das Feedback, ja, das bestätigt sich so wieder, beziehungsweise ist das ja eigentlich aus der anderen Richtung entstanden. Ich habe dieses Feedback ja eigentlich immer mehr im Arbeitsalltag so wahrgenommen oder diesen Need und habe dann gesagt, okay, da kann man mal ein Buch zusammenfassen. Das ist das eine. Ist das bei Unternehmen so willkommen und freut man sich darüber? Also eher nicht. Unternehmen tun sich da nach wie vor sehr, sehr schwer damit, das zu adaptieren. Aus irgendwo ein Stück weit natürlich auch nachvollziehbaren Gründen. Man kannte das so einfach auch nicht. Also wenn man sich IT so die letzten 20, 30 Jahre anguckt, die Rolle, die IT im Unternehmen auch gespielt hat, dann war das eben eine, ja, ich stelle eine IT-Infrastruktur zur Verfügung, etc. Ganz viel werden diese Projekte nach wie vor aber aus der IT getrieben, obwohl sie eigentlich einen Change-Aspekt mehr oder minder haben. gibt durchaus auch Licht am Ende des Tunnels. Also man versteht es so langsam, also auch seitens der Unternehmen, obwohl ich auch hier sagen muss, sind überraschenderweise die Großen so ein bisschen die Vorreiter. Ja, die globalen Unternehmen, die das einfach in der Zwischenzeit auch ganz klar erkannt haben, dass das ein Thema ist, dass die IT natürlich bedarf als wesentlichen Faktor, aber wo die IT nicht der Lead sein kann. Merken, dass die Großen dann eben vielleicht deshalb eher, weil sie halt international engagiert sind und merken, dass in anderen Ländern, anderen Kulturen ganz anders mittlerweile mit IT umgegangen wird? Das ist eine gute Frage. Ich denke, der Treiber ist auch hier ein sehr individueller, also meine Erfahrung ist, es gibt nicht das Unternehmen, es gibt auch nicht das globale Unternehmen. Das ist sehr, sehr, sehr individuell und von daher glaube ich auch, dass da die auslösenden Faktoren sehr individuell sind. Also angefangen von so Themen, man will nichts falsch machen und eine IT merkt dann vielleicht relativ schnell, um Gottes Willen, wir sind da komplett mit überfordert und sagen das dann auch. Nö, also können wir gar nicht. Bis hin zu, dass so Themen in der Zwischenzeit auch wirklich immer öfter sehr vorbildlich angegangen werden und man dann eigentlich schon direkt beim Planen von so einem Thema merkt, okay, da brauchen wir auf jeden Fall auch mal Internal Communication oder oder wer da sonst noch eben daran beteiligt ist. Wenn du in Unternehmen auf, ich sag mal so positive Einstellungen triffst, wer sind denn da diejenigen, die diese positive Einstellung treffen? Sind das die nachfolgenden Generationen, die mit Smartphone und allem aufgewachsen sind, die dann entsprechend schon Einfluss haben oder ist es dann doch noch klassisch, das Management, das dann irgendwie merkt, naja, irgendwie hat sich da was verändert, wir müssen uns anpassen? Also das ist ein Thema, mit dem ich in der Zwischenzeit relativ abgeschlossen habe. Das ist auch ein bisschen was, was ich in meinem zweiten Buch ja mit zum Thema gemacht habe. Also das ist ein Irrglaube zu sagen, dass das ein Thema der nachkommenden Generation oder nur ein Thema der nachkommenden Generation ist. Da gibt es wirklich ganz, ganz interessante Studien auch in der Zwischenzeit drüber und die finde ich so im Feld bestätigt. Du hast ein Stück weit über die Generationen hinweg die Vermischung. Also ich kenne IT-Leiter auch bis hin zu CEOs, die 50 weit überschritten haben, die extrem open-minded sind und da wirklich sagen, das schreibe ich mir jetzt mal auf die Agenda. Du hast umgekehrt Auszubildende, die nach wie vor ganz klar sagen, ey, sag mir, wann ich kommen soll, sag mir, was ich machen soll. Und wenn ich um 16.30 Uhr heimgehe, will ich von Firma nichts mehr wissen. Also sicherlich war das irgendwo ein Thema, was aus dem privaten Umfeld mal irgendwie rübergeschwappt ist. Und da waren sicherlich auch die Jungen vielleicht eher die Treiber im Enterprise-Umfeld, geht das durch die Generationen quer durch. Aber ist das im privaten Umfeld, haben wir ja egal, egal welche Generation, immer mehr mit dieser angenehmen Technik zu tun. Also über Smartphones, die Verabredungen, die überall Verfügbarkeit von Internet und so weiter. Das hat ja vielfach unser privates Leben und die Art und Weise, wie wir mit Technik umgehen, ja doch weitgehend verändert. Und man sagt ja auch immer, für diejenigen, die im Unternehmen arbeiten, erwarten diese Flexibilität, diese Möglichkeiten auch im Unternehmen und treffen dann auch veraltete IT-Strukturen. Ist das auch etwas, was du siehst? Ganz klar, das ist der größte Pain-Point, den wir ja aktuell unter diesem Schlagwort Schatten-IT ja wahrnehmen. Denn da tun sich Unternehmen aus meiner Sicht immer noch im aller, allerschwersten damit, was was damit zu tun hat, dass man es eben aus dem unternehmerischen Ansatz her auch oder überhaupt aus diesem Ansatz her zu sagen, wir haben hier eine Verantwortlichkeit innerhalb des Unternehmens. Bleiben wir bei dem Thema IT. Und vor zehn Jahren, vor 15 Jahren kommst du in ein Unternehmen und sagst so, das ist dein Standard-Desktop oder Laptop. Und da ist ein SAP-Client und ein Outlook-Client und ein Office-Paket drauf. That's it. Oder was halt sonst noch vielleicht an einem Unternehmen genutzt wird. Und das war auch für den Anwender okay, ich nehme es halt und so. In der Zwischenzeit hat sich jetzt aber dummerweise die Welt weiter gedreht. Und man kommt halt dahin, dass der Anwender, der einzelne Sachbearbeiter bis auch hin zum mittleren Management, zu den Entscheidungsträgern, die dann sagen, okay, was ich hier habe, reicht mir nicht für das eine oder andere. Also wirklich aus dem konkreten Prozess heraus ja auch getrieben. Meine IT will oder kann oder darf mir nicht helfen oder wie auch immer. Vielleicht wird noch jemand gefragt, also auch die Szenarien kennen wir ja. In der Zwischenzeit haben ja Fachabteilungen IT-Budgets, finde ich auch ganz spannend. Und dann gucken wir mal, was draußen noch so gibt. Und das ist halt ein Szenario, das gab es vor 15 Jahren so noch nicht. Und ganz oft ticken Unternehmen noch ein Stück weit in dem Mindset. Wenn du das Thema anfängst, merkst du sehr, sehr schnell, dass du da plötzlich anfängst, am Organigramm zu rühren ein Stück weit, an Verantwortung, an Budgets, die da hinten dran stehen. Also das ist de facto kein IT-Thema, aber das ist sicherlich etwas, was durch die Möglichkeiten, die wir heute haben, ausgelöst wird. Ich sage in solchen Situationen dann auch immer, also da ist ja jetzt heute Morgen nicht der Sales-Mitarbeiter aufgestanden und hat sich gesagt, heute ärgere ich mal meinen IT-Administrator und mache einen Dropbox-Account auf. Also so läuft das ja nicht, sondern der hat einen Business-Prozess, er hat einen Need und stellt halt fest, okay, ich kann dem nicht gerecht werden. Oder andersherum, ich kann dem, wenn ich das jetzt einfach mal selbst in die Hand nehme, sehr viel einfacher gerecht werden. Und so entstehen diese Themen. Wenn ich mich zurück erinnere an die ersten Versionen von SharePoint, wenn man rückblickend das so betrachtet, habe ich immer das Gefühl, das war, wir haben ja gesagt, das ist so ein Lego-Baukasten. Aber wenn ich mich daran erinnere, das war ein relativ begrenzter Lego-Baukasten. Man hatte da so ein paar ganz grobe Möglichkeiten. Das war es dann heute, Office 365. Man hat Dutzende von Möglichkeiten. Man sieht es ja auch in den Diskussionen, die so online geführt werden. Die Lieblingsfrage, die gestellt wird, hm, wann nutze ich denn Groups, wann nutze ich Yammer, wann nutze ich Teams? Meinst du, dass diese Vielfalt der Tools, können sich denn darauf Organisationen mittlerweile anpassen? Wie empfindest du das, wenn du bei deinen Kunden bist und sagst, guck mal hier, Office 365, ich mache euch mal die Palette auf, ihr habt da 60 verschiedene Tools, sucht euch was aus und werdet glücklich damit. Und vielleicht auch noch, jede Abteilung sucht ihr ein eigenes Tool aus, ihr werdet schon irgendwie glücklich damit werden. Ist das zu viel? Ist das machbar? Ist das handelbar? Na, erstmal ist das der falsche Ansatz. Also wenn man das so handelt, dann hat man als Berater an der Stelle seinen Job nicht richtig gemacht. Die Tatsache, dass wir eben diese Vielfalt haben, heißt ja nicht, dass ich damit jetzt das Unternehmen, den Fachbereich oder auch den Einzelnen einfach allein lasse. Es heißt ganz einfach, ich muss sicherlich meinen Beratungsansatz vielleicht ein bisschen anders da aufstellen und die Frage, wie gehe ich so ein Projekt an, handwerklich auch ein Stück weit anders da greifen. Und da nehme ich schon auch ganz stark wahr, dass damit Berater, Partner, Unternehmen sich noch ein Stück weit schwer tun, damit überhaupt erstmal selbst für sich ein Konzept zu erarbeiten, wie sie da in die Kundenansprache oder in den Projektaufbau gehen wollen. Da ist also sicherlich noch eine starke Lernkurve da. Die Unternehmen nehmen das gar nicht freudig auf, aus genau auch diesem Punkt heraus, dass man vielleicht an sich selbst als Unternehmen, als IT-Leiter, als Verantwortlicher den Anspruch stellt, eine gewisse Governance vorzugeben, eine gewisse Leitlinie vorzugeben. In Teil, denn das ja sogar muss, wenn wir in den Bereich auditierte Umgebungen gehen etc. Oder natürlich, wenn wir dieses Lieblingsthema, das ja mit Cloud immer nebenher springt, Datenschutz betrachten, kannst du ja nicht einfach sagen, oh ja, jetzt mach mal jeder, wie er will. Mal abgesehen davon, dass es natürlich auch für die Business-Prozesse super optimal ist. Der Beratungsansatz geht an der Stelle in eine andere Richtung, nämlich mit den Unternehmen, mit den Fachabteilungen, vielleicht auch mit den einzelnen Key-Usern in den Dialog zu gehen und rauszufinden, wie arbeitet ihr denn heute? Was ist daran vielleicht nicht gut? Wie würdet ihr gerne arbeiten? Oder auch nochmal diese Frage zu stellen, warum nützt denn du WhatsApp im unternehmerischen Sinne? Und aus all diesen Erkenntnissen dann so ein bisschen zu sehen, okay, was kann jetzt von dieser absoluten Feature-Vielfalt, die das Office 365-Universum bringt, hier das richtige Tool sein? Angeschlossen mit und das ist dann wiederum, da wird das Ganze rund und da wird dann auch der entsprechende Business-Mehrwert draus, dass du natürlich schon die Chance dann damit hast, zu sagen, wenn für ein Team, das vielleicht sehr mobil unterwegs ist, Außendienst, wie auch immer, vielleicht Teams oder Yammer oder wie auch immer das Richtige ist und irgendein anderes Team, das eben Finanzbuchhaltung, wie auch immer, dann sehr bürolastig ist, klassisch bei E-Mail bleiben oder SharePoint-Team-Seite wäre es, dass du halt dann damit trotzdem keine Informations-Silos mehr baust, so wie das eben früher der Fall war. Das heißt, du unterstützt auch sozusagen den Ansatz, dass man sagt, Team 1 kann ruhig mit einem Toolset A arbeiten und Team 2 mit einem Toolset B. In der Zeit der Cloud und bei Office 365 ist die Plattform schon so strukturiert, dass das, wenn man es dann richtig konfiguriert, alles schon vernünftig ineinander läuft, sodass man auch Compliance und ähnliche Sachen mit berücksichtigen kann und dass die IT-Abteilung den vermutlich befürchteten Kontrollverlust eben nicht empfindet, beziehungsweise auch nicht hat. Ja, also ich denke, es macht auf jeden Fall Sinn, sicherlich auch eine Frage von der Unternehmensgröße, sich jetzt auch mal auf eine Handvoll Szenarien zu fokussieren. Also das ist auch ganz klar der Ansatz in der Beratung, jetzt nicht für jede einzelne Abteilung oder jedes einzelne Projektteam da jetzt nochmal die Sonderlocke zu entwickeln. Okay, und was nehmt ihr jetzt? Weil sonst wirst du natürlich irgendwann auch ein Stück weit unglücklich. Aber, und das ist ja auch genau der Treiber da hinten dran, ich glaube schon. Dass wir dadurch, dass wir eben jetzt nicht nur sagen müssen, ja okay, machen wir es jetzt mit SharePoint oder machen wir es mit Exchange, Distribution List und hin und her, sondern da schon noch ein bisschen granularer eben auch selektieren können, einen massiven Mehrwert bieten können. Das heißt aber natürlich, gerade du sagst das jetzt mit Compliance-Themen etc. Man guckst, wie sind Unternehmen, gerade größere Unternehmen heute noch aufgestellt. Da gibt es ein Exchange-Team, da gibt es ein SharePoint-Team, da gibt es noch irgendwie ein AD-Team oder oder. Und normal haben die nicht so richtig viel miteinander zu tun. Und jetzt plötzlich müssen die aber zusammenarbeiten. Und zwar sehr eng zusammenarbeiten. Und damit merkst du halt schon, das Ganze wird gerade für größere oder mittlere Unternehmen ganz, ganz schnell ein Thema, das große Kreise zieht. Und da natürlich dann auch, ja, emotionale Themen reinkommen. Braucht man mich dann überhaupt noch als IT-Admin oder wie auch immer etc. etc. Aber jetzt mal rein von der Ebene, die die Tools bieten und was wir da für Möglichkeiten haben, gerade auch eben, um mal ein Pendant für ein WhatsApp oder ein Dropbox oder ein Slack oder was auch immer zu bieten. Ja, ist das sicherlich ein sehr, sehr interessantes Szenario. Wie schaffst du es denn eigentlich, dich mit Office 365 sozusagen azur zu halten, auf dem aktuellen Stand zu bleiben? Es passiert ja da so viel. Ich habe gerade, letztes Jahr ist ja Microsoft Stream online gestellt worden, das Videoportal. Da denkt man ja auch, okay, Video hochladen, alles schön und gut. Aber dann guckt man ein bisschen weiter dahinter und merkt, da ist eine ganze Menge AI mittlerweile dabei. Texterkennung, Übersetzungsfunktionen, Verschlagwortung und so weiter. Das sind ja alles ganze Funktionsberge, die da auf einen zukommen. Wie schaffst du es da auf dem aktuellen Stand zu bleiben? Ja gut, das hat ein Stück weit sicherlich was mit Passion zu tun. Ich gehe soweit zu sagen, wenn wir uns den Microsoft Cloud Stack anschauen, selbst wenn wir es auf Office 365 reduzieren, wird es schwer sein, da heute noch der Generalgelehrte zu sein. Von daher ist es sicherlich auch eine Frage von, auf was spezialisierst du dich oder fokussierst du dich ein Stück weit? Weil ansonsten machst du eigentlich nichts anderes mehr als irgendwelche Updates versuchen zu adaptieren. Das andere, ja, ich als Unternehmer habe ich mich ja sehr bewusst dafür entschieden zu tun, was ich tue, weil ich es gerne tue. Und insofern liest du dann halt auch mal einen Samstagmittag oder kriegst das über irgendwelche anderen Kanäle mit und willst es halt auch wissen. Und von daher nimmt man es dann jetzt nicht unbedingt als Pflichtaufgabe wahr. Ja, aber auf der anderen Seite ist es ja eben nicht nur eine kleine Zusatzfunktion, die meistens hinzukommt, sondern es sind ja eigentlich, ich sage mal, richtige Brocken, von denen man sich dann überlegen muss, Aha, guck mal, diese Funktion geht jetzt auch, wie könnte das dann eine Auswirkung haben, zum Beispiel auf eine Beratung eines Unternehmens, weil ich habe jetzt völlig andere Möglichkeiten wieder. Die muss man sich doch auch irgendwie nochmal aneignen und so ein bisschen den Blick über den Tellerrand bewahren, damit man einfach auch so ein bisschen die Perspektiven sieht. Gut, ich denke, das ist für jemanden, der diesen Anspruch an sich hat und als Berater sollten wir den schon gewissermaßen haben, musst du deinen eigenen Weg finden. Also da gibt es zum Beispiel so einen Michael Gret, der macht so Podcasts, die kann man sich während dem Autofahren anhören. Es gibt entsprechende YouTube-Kanäle, es gibt von Microsoft die Foren. Was jetzt für dich als Einzelner funktioniert, okay, das kann jeder für sich selber aussuchen, auch hier haben wir wieder die Wahlmöglichkeiten. Aber ja, es geht eigentlich im Moment keinen Weg dran vorbei in dieser stark volatilen Zeit, in der wir leben, dass man da halt einfach Zeit rein investieren muss, um up-to-date zu bleiben. Oder ein anderer Weg natürlich, ich meine, wir haben ja ein relativ breites Team in der Zwischenzeit, auch mit Partnerunternehmen, mit denen wir arbeiten. Du sagst halt für dich, ich werde Spezialist in, keine Ahnung, XYZ, Skype for Business, Exchange Online, was auch immer. Also du gehst nicht in die Breite, sondern in die Tiefe. Das ist so ein bisschen eine Frage von jedem Einzelnen, wo er sich da sehen möchte. Vielleicht nochmal eine zusätzliche Frage, wie weit kommt man denn heute noch in dieser Plattform Office 365 ohne Azure aus? Wie weit muss man sich denn damit beschäftigen? Das ist ein bisschen eine Frage, aus welcher Perspektive du das beantwortet haben möchtest. Als Unternehmen kommst du ja allerspätestens ab Mai nächsten Jahres gar nicht mehr so richtig ohne aus. Also hinsichtlich Europäische Datenschutz-Grundverordnung, die ja dann nächstes Jahr im Mai uns final treffen wird, musst du dich mit Themen wie eben Reporting-Funktionalitäten oder anderen Compliance-Features, die da drin sind, auseinandersetzen. Und da bist du eben ganz, ganz schnell dann meistens auch bei Azure gelandet, weil es halt einfach Zusatz und erweiterte Funktionen sind. Wenn du das jetzt mal so aus Sicht eines fachlich Verantwortlichen siehst, denke ich mal, ist Azure irgendwie so ein abstraktes Etwas im Hintergrund, das halt gegebenenfalls ein Backend-Service dann nochmal zur Verfügung stellt. Ja, es wird ja viel praktisch über die Oberfläche mittlerweile integriert, aber ich denke mal, auch für die IT ist ja zumindest so ein grundlegendes Verständnis, was da eigentlich im Hintergrund passiert, wahrscheinlich nicht schädlich, um dann mal für Fragen und Probleme zur Verfügung zu stehen. Ja gut, auch hier, die Frage, wie nimmt sich die IT an der Stelle wahr? Also ich erlebe es ganz, ganz oft, dass IT sich klassisch immer noch so ein bisschen als reine Abteilung, die die Backend-Services zur Verfügung stellt, versteht und sich damit natürlich auch ein Stück weit manchmal selber abschafft. Also zu sagen, ja, wir administrieren den Exchange-Server und wenn man dann natürlich sagt, okay, jetzt gehen wir nach Exchange Online, muss man in dem Moment berechtigt dann natürlich die Frage stellen, okay, für was brauchen wir die Leute dann noch oder in der Mannstärke? Klar, diese Geschichte, Cloud vernichtet Arbeitsplätze, das hat sich nicht bewahrheitet, das haben wir in der Zwischenzeit alle gelernt und gemerkt. Cloud verändert Arbeitsplätze, ja, und das ist eben genau der Punkt. Ich kenne auch einige Unternehmen, die das in der Zwischenzeit sehr vorbildlich machen, also wo eine interne IT bewusst in diese Rolle der Beratung, auch der Prozessberatung im Unternehmen geht und da ist natürlich dann schon der Punkt, dass du dann ein Stück weit natürlich auf den Tellerrand rausschauen musst und vielleicht auch sagen musst, okay, können wir mit, keine Ahnung, dem und dem Azure oder ist ein Azure AD Premium Feature oder ein Ride Management Service oder was auch immer, ne? Dann muss ich darüber Bescheid wissen und was ich eben auch in der Zwischenzeit aus der unternehmerischen Perspektive ganz stark wahrnehme, ist, dass das etwas ist, wo auch wir als Beratungsunternehmen in der Zwischenzeit Geschäftsmodelle generieren. Also wir selbst fahren das unter dem Titel Trusted Advisory, dass wir also Unternehmen anbieten, sie genau dahingehend zu unterstützen, sprich auf der Kostenstelle, wenn man es mal so nennen will, setzen wir keine IT-Projekte um, sondern beraten wir Unternehmen oder stellen Kontingente zur Verfügung, wo wir uns auch regelmäßig, alle Vierteljahr einmal, alle Halbjahr einmal mit Unternehmen treffen und im Prinzip sie dann auf den aktuellsten Stand bringen. Und weil wir halt die Unternehmen aus dem Projektgeschäft kennen, auch so ein bisschen sagen, guck mal, das wäre für euch ein sehr interessantes Feature, weil wir haben ja ein Projekt, das ist das Thema, etc. Du hast gerade schon gesagt, der Blick über den Tellerrand, das ist ja auch etwas, was du gerne machst, denn du weißt, wir hatten ja schon gesagt, du hast ein Buch geschrieben, deshalb haben wir noch ein zweites Buch geschrieben, du hast es schon erwähnt, dieses betrifft ein ganz anderes Thema, was heißt ganz anderes Thema auch nicht, Industrie 4.0, wie bist du denn dazu gekommen? Die Motivation ist genau beim ersten Buch daraus entstanden, dass ich einfach im Berateralltag draußen im Feld ganz viel Unsicherheit, ganz viel Missbrauch auch von diesem Titel Industrie 4.0 erlebt habe, teils bewusst, teils unbewusst. Und ich dann von daher, ja, den Drang hatte, das mal irgendwie ein bisschen strukturiert zusammenzufassen. Und das habe ich in diesem Buch gemacht und das Buch gliedert sich auch ganz bewusst in zwei große Teile, nämlich einmal wirklich einen, ja, sehr wissenschaftlichen Teil, so nach dem Motto, lass mal schauen, was ist denn damit überhaupt gemeint und was ist überhaupt auch so das Ziel? Also wenn ich sage, ja, Sinn und Zweck von so einem Unternehmen ist es Geld zu verdienen, irgendwo mal. Und das so Sachen sind, die mir ganz oft unter dem Deckmantel Industrie 4.0 gar nicht unbedingt begegnet sind, sondern das war manchmal auch so die Legitimation, auch einfach mal irgendwie Blödsinn zu treiben. Und das andere dann halt zu sagen, weil das ist ein großer Painpoint, den ich eben draußen auch wahrnehme, wie gehe ich das denn an? Wie kriege ich sowas realisiert? Und da sicherlich auch der Punkt von den Methoden, die ich da rausgearbeitet habe, es sind gut die Hälfte Methoden, die ich aus meinen IT-Projekten kenne, weil es nämlich an der Stelle auch um Change geht, also auch um Transformation geht. Im Bereich Industrie 4.0 vielleicht um Transformation von einem Geschäftsmodell, nicht unbedingt von einer IT-Landschaft. Aber die grundlegenden Modelle und auch, wie gehst du mit so Basisfakten um, wie Angst vor Veränderung etc., das ist sehr gleich bei den beiden Themen. Das heißt, du propagierst ja hier eigentlich so einen ganzheitlichen Ansatz, dass man eben gesagt, Kollaboration, Zusammenhalt ist ein Thema, dann gibt es ein anderes Thema, was unseren Produktionsprozess betrifft mit Industrie 4.0. Aber eigentlich muss man das zusammen betrachten, weil mittlerweile durch die digitale Vernetzung alles miteinander greift. Im Endausbau auf jeden Fall. Ich bin ein großer Freund davon, auch hier wieder in beiden Welten, sowohl was jetzt Veränderungen im Unternehmen oder Veränderungen in Geschäftsprozessen angeht, als aber auch in den IT-Projekten, die ich mit begleite, macht es durchaus Sinn, nenn das Kind, wie du willst, pilotieren, Proof of Concept, Testphase, was auch immer. Also vielleicht auch wirklich mal in einer Blase mit etwas zu arbeiten. Aber sicherlich dann mit dem Ziel, mit den Erkenntnissen, die man dann in dieser experimentellen Blase gesammelt hat, auch irgendwo in die Masse zu gehen. Microsoft hat ja gerade sein Geschäftsjahr neu eröffnet und es werden ja im Laufe des neuen Geschäftsjahres wieder diverse Dinge auf uns zurollen. Microsoft strukturiert sich ja ganz kräftig zur Zeit. Denkst du, sie passen sich da jetzt auch in ihren Strukturen an diese neuen Möglichkeiten an, an diese neuen Cloud-Geschichten an und ziehen auch ihre gesamte Infrastruktur nach? Ja, also ich denke, man hat an der Stelle ein Stück weit irgendwo gemerkt, dass man mit den Strukturen, die man eben intern hat, ein bisschen am Markt und an den Bedürfnissen der Kunden vorbeigeht. Weil die natürlich auch teilweise sehr, sehr starr waren, diese Strukturen. Wo bin ich jetzt als Unternehmen zugeordnet? Was für eine EPG oder was auch immer? Und betrifft mich das? Also ich glaube, das ist einfach eine Nachregulierung von dem, was man gemerkt hat, was in der Betreuung der Kunden funktioniert oder nicht funktioniert. Ich finde es gut, dass man anfängt zu reagieren. Ob das Ergebnis jetzt dann wirklich gut sein wird, ich denke, da muss man noch ein klein bisschen warten, weil du hast schon gesagt, das Ganze ist jetzt mal gerade ein paar Tage alt. Aber ich finde es schon gut, dass sich ein bisschen was tut, ja. Ja, aber was du gerade gesagt hast, so wie ihr das macht, das heißt, ihr baut eine längere Beziehung mit dem Kunden auf, ihr begleitet ihn dabei, ihr macht verlehrliche Reviews oder Ähnliches. Das zeigt ja, dass man dann einfach auch über einen längeren Zeitraum den Kunden begleitet und ihm ja sozusagen auch einen zuverlässigen, bekannten Ansprechpartner zur Verfügung stellt. Microsoft ja immer viel über Partner gemacht hat, also über einzelne Partner. Das heißt, Microsoft selber als Betreuer ja vielleicht so für den normalen Kunden gar nicht aufgetaucht ist. Das aber jetzt in den Szenarien, die wir jetzt haben, wo praktisch ja die IT direkt von Microsoft kommt und zwar direkt aus der Cloud geliefert und jeden Tag geliefert wird, dass das wirklich auch andere Strukturen erfordert und was man sich auch anders aufstellen muss. Ja, definitiv. Wobei, also wir müssen hier, denke ich mal, auch zwei Dinge sehr grundlegend ein Stück weit auch differenzieren. Das eine ist ja zu sagen, was kann eine Microsoft, was kann ein Partnernetzwerk Dienst leisten und das andere, das erlebe ich ja auch immer wieder, dass es halt einfach von einem Unternehmen und je größer die sind, umso her haben die diesen Anspruch, ist halt wirklich dieses, ich will mit dem Hersteller da in den Dialog gehen und da einen Ansprechpartner haben, auch einen Ansprechpartner, der dann eben auch mal vielleicht was für mich in die Hand nimmt, für mich mal was treibt etc. Und das wird natürlich über Partner schwer bis gar nicht möglich. Also ja, sicherlich auch das ein großer Treiber. Ich meine gut, die großen Unternehmen, also wenn wir jetzt mal in Deutschland gucken, eine BMW, eine BASF, eine was auch immer, die hatten da schon immer ihren direkten Ansprechpartner, keine Frage. Nichtsdestotrotz, auch der Mittelstand, der ja in Deutschland eine ganz massive Rolle spielt, hat sich, glaube ich, in den letzten Jahren manchmal ein bisschen vernachlässigt gefühlt. Ja, weil einfach viele damit arbeiten, aber eben die Betreuung nicht so war. Leitet mich dann glatt über zu dem dritten Thema, was ich mit dir besprechen wollte, nämlich dein neues Projekt, was du für den Herbst aufgesetzt hast, was auch ein bisschen schon in die Richtung geht. Wie man eigentlich als, ich denke mal so als Partner, guten IT-Vertrieb heute macht. Dein Stichwort ist Sales Sucks, hast du gesagt. Du bist eine Seminare an. Wie bist du dazu gekommen? Das ist auch hier wieder von unten nach oben getrieben. Ich bin seit einigen Jahren jetzt in dieser Microsoft-P-Seller-Rolle auch unterwegs und erlebe so, was da dann in Kundenterminen passiert. Und ich sage mal so, dieser Erkenntnis... Ein kurzer P-Seller. Kannst du kurz erklären, was ein P-Seller macht? Also Microsoft hat ein Partner-Netzwerk an der Stelle, wo sie eben ausgewählte Personen von Partnern quasi mit in Kundentermine nehmen, um die zu unterstützen mit technischem Know-how, aber auch eben mit Sales-Know-how, also auch gerade Lizenz-Themen etc. Und das ist dieses Konstrukt und das nennt sich Microsoft-P-Seller. Und du bist P-Seller und gehst dann praktisch mit zu diesen Terminen. Genau, genau. Diese Erkenntnis willst du verkaufen, musst du vorher beraten. Die ist nicht neu. Also wenn ich mir die Martin Limbecks oder die Dirk Kreuters in Deutschland, das sind zwei sehr bekannte Sales-Trainer, so angucke, dann erzählen die das auch. Keine Frage. Jetzt ist es aber ein Unterschied, ob ich 100 Meter Hochregal verkaufe und wenn der Kunde dann sagt, ich kaufe aber 200 Meter und dann habe ich da meine Preisliste und so und so viel Discount. Oder wenn ich eben das, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, verkaufen möchte, nämlich im Prinzip eine Lösung oder einen Ansatz, der bisweilen einen kompletten Change im Unternehmen nach sich zieht, bis hin zu, dass vielleicht eine IT-Abteilung danach nicht mehr so aussieht, wie sie vorher ausgesehen hat. Da ist der Beratungsansatz, der Betreuungsansatz ein exorbitant höherer und ein vor allen Dingen ganz anderer. Da geht es nämlich immer darum zu sagen, okay, du hast 10.000 Clients, Moment, ich gucke mal in meiner Preisliste, kostet so und so viel für die Lizenz. Wenn du es direkt über ein Jahr machst, haben wir noch so und so viel Discount, willst du hier mal wirklich unterschreiben. Weil beim Kunden nehme ich mir dann Fragezeichen, dass alles andere übrig bleiben. Auch so dieses, für was baue ich denn das? Was kann das? Hier haben wir jetzt SPE, so ein Lizenzmodell der Secure Productive Enterprise. Dann gehst du zum Kunden und sagst, hier, ich habe jetzt SPE für dich. Und dann guckt er dich mit großen Augen an. Und selbst wenn du ihm dann erklärt hast, was das ist, kommt meistens trotzdem noch die Frage, und für was brauche ich das? Also zu sagen, bevor du verkaufen kannst, musst du beraten, ist etwas, was exorbitant zugenommen hat. Mit der Problematik, dass die Beratung vor dem Hindernis steht, dass der Kunde meist gar nicht artikulieren kann, was er denn braucht, wo es den drückt. Das ist, wie wenn du heute zu einem Unternehmen gehst und sagst, Industrie 4.0, was macht der denn da? Es gibt Unternehmen, die können dir da sehr explizit eine Antwort drauf geben. Der Großteil steht schulterzuckend vor dir und sagt, boah, haben wir schon mal gehört, aber müssen wir mal gucken. Und das ist praktisch, das, was du brauchst, ist dann in den zwei Tagen, ist zwei-Tages-Seminar. In zwei-Tages-Seminar, ja. Das heißt, du gibst ein paar Tipps, wie man quasi sich so vertrieblich aufstellen muss, um diesen Kombination aus Vertriebs- und Beratungsansatz mit einer speziellen Ausrichtung auf IT und ich denke mal auch speziell auf Cloud hinzubekommen. Also ganz generell auf die Hightech-Branche. Das ist auch sehr herstellerunabhängig, weil die Herausforderung ist eigentlich überall relativ die gleiche. Nimm mal irgendwas anderes. Du sagst hier, nimm mal IBM Watson, also so ein AI-Thema. Das ist für die Entscheider-Ebene oder aber auch für Unternehmen immer noch so ein riesen-nebulöses Etwas, um Gottes Willen. Und hier geht es einfach um eine Art Methodik, um wirklich dann auch schrittweise mit einem Unternehmen in den Dialog zu gehen. Mal erst mal herauszufinden, wo sind denn Angriffspunkte und dann aber auch mal deutlich herauszuarbeiten, was habe ich denn als Unternehmen davon, wenn ich da jetzt sage, okay, dann machen wir das jetzt mal. Bis hin dann eben auch zu so einem Ansatz, wenn du das jetzt kaufst, wie geht es denn dann weiter und wo hast du einen Return of Invest oder etc. In diese Richtung. Also das sind wesentliche Themen. Bis hin natürlich aber auch zu so Themen, die du im Verkauf, wenn du über diese Technologien sprichst, immer wieder hast, dass dann irgendjemand anfängt, diese Datenschutzkarte zu spielen. Zu Recht ja irgendwo. Aber dass ein Verkäufer heute im Gespräch substanziell Datenschutz parieren muss, das ist für viele Verkäufer immer noch ein ganz neues Thema. Das Seminar findet statt wann? Das Seminar findet statt Anfang November, am 8. und 9. November in Frankfurt am Flughafen, im Sheraton dort, weil das verkehrstechnisch ein sehr guter Platz ist. Gut angebunden ist, ja. Genau, genau. Geht zwei Tage und ja, also der Axel Oppermann, das ist ja auch ein, glaube ich, recht bekannter in der Szene, der wird also auch ein Part mit übernehmen. Der wird einen Slot füllen. Was ich mir bei dem Seminar noch so ein bisschen überlegt habe, ist, weil ich das auch in einem anderen Seminar, das ich selbst gemacht habe, als extrem positiv empfunden habe. Es ist also nicht, wir treffen uns morgen, machen zwei Tage Seminar und gehen dann auseinander, sondern bereits vier Wochen vorher wird für alle Teilnehmer jede Woche eine Art Intro-Video kommen, wo ich ein bisschen was schon erkläre und erzähle. Und auch die ein oder andere Aufgabestelle von Themen, die ich gerne hätte, das Teilnehmer mit zum Seminar bringen, sodass man auch wirklich schon so ein bisschen fokussiert zum Tag dann kommt und somit das hier zwei sehr effektive Tage dann werden. Na, da kann man dir nur viel Erfolg wünschen. Letzte Frage zum Abschluss. Das Geschäft, wie viele MVPs, du hast ja bestimmt auch diesen beliebten Glasring bekommen für unseren MVP, was ist das eigentlich, Award, wo man jedes Jahr ein Glasring dran klebt. Der hat ja jetzt diese Kennung 2017, 2018. Was sind so deine Tipps, was sollte man sich in den nächsten zwölf Monaten Office 365 besonders ein? Wo denkst du, werden die Schwerpunkte liegen im nächsten Jahr oder sagen wir mal vielleicht erst mal im nächsten halben Jahr? Zwei Schwerpunktthemen, die ich auch für mich selber identifiziert habe, ist ganz klar eben alles rund um diese Europäische Datenschutz-Grundverordnung und was sie denn so mit sich bringen wird. Allein schon mal deshalb, weil ja da seitens des Gesetzgebers diese schöne Geschichte gemacht hat, die Beweislastumkehr. Also nicht ein Auditor muss dir beweisen, dass du was nicht richtig gemacht hast, sondern umgekehrt. Du musst im Auditfalle nachweisen, alles richtig gemacht zu haben. Und das ist einfach auch etwas, was einen gewissen zeitlichen Vorlauf braucht. Und von daher glaube ich, ist das für das nächste halbe Jahr oder auch Jahr ein ganz großes Thema für Unternehmen, sich damit auseinanderzusetzen. Weil, wie gesagt, ab nächstes Jahr Mai wird es ernst. Das ist das eine. Das andere auf der funktionalen Ebene finde ich es im Moment natürlich absolut spannend. Wie geht es mit Groups weiter? Das kriegen wir für SharePoint die Community-Sites als ein wesentlicher neuer Faktor. Also das ist so der Bereich, wo sich, glaube ich, im Moment am meisten bewegt und wo ich auch schon sehr gespannt bin, was wir Ende September auf der Ignite zu dem Thema hören werden. Niki, vielen Dank. Es ist immer spannend, sich mit dir zu unterhalten, weil du auch mal ein bisschen über den Tellerrand hinaus schaust. Vielen Dank für die Zeit, die du genommen hast. Nochmal kurz, wo findet man deine Webseite? Die findest du unter einfach salessucks, ein Wort, .com. .com, okay. Genau, ich habe es auch schon mal bei Facebook gepostet und werde auch in den nächsten Wochen noch ein bisschen Werbung dafür machen. Ansonsten, es gibt einen Promotion-Code für jeden, der da Interesse dran hat. Bitte einfach sich an mich wenden über welche Wege auch immer. Man findet mich und auch den Kontakt zu mir. Ja, das ist so der Weg dahin. Alles klar. Und ich bin ganz ehrlich auch sehr gespannt, wie sich es darstellen wird und freue mich sehr auf dieses Seminar, weil es einfach auch mal wieder ganz was anderes ist. Okay, ja. Okay, Niki, vielen Dank. Danke für deine Zeit und ich sage mal so, einen schönen Restsommer in dem Sinne. Gleichfalls. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal, Michael. Tschüss. Das war der SharePoint-Podcast. Das auditive Update für die engagierten SharePoint-Anwender. Feedback und Kommentare bitte auf sharepointpodcast.de Auf was? Auf Wiedersehen, ja. Bis zum nächsten Mal. Das ist ja.